Hallo, Frau Labern, ist er da? Wie? Was? Nie. Hallo, Frau Labern. Hallo, Schwester. Ist er da? Ja, aber... Wenn die Tür aufgeht, schauen wir mal. Ja. Beim ersten Geräusch, weil ich brauche den Körperkontakt. Oh, störe ich euch tote Pauschen bei der anderen? Ja, jetzt sagt bloß nichts Falsches. Oh, ich höre ich aus. Wir müssen 8.30 Uhr sein. Andi, sei vorsichtig, was du sagst. Ja, jetzt bin ich wach. Vorsicht. Und der Registör sagt gleich aus. Was haben Sie mit Zerzini, Schwester? Nischt. Und, wie sehe ich aus, Schwester? Ach, doch, Sorg am Ball. Hast du ich nicht... Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich bin so glücklich darüber, dass ihr alle hier seid. Was brauchen wir? Ganz kalt, ist halt ein Sozialrat. Ja, zeig ich doch. Was ist denn so wichtig, dass Sie mich so dringend sprechen wollen? Entschuldige, ich finde den Stuhl. Es geht... Wo fangen wir es an? Von mir kein Wort, Schwester Hanna. Sie müssen nichts sagen, Herr Böller. Äh, Herr Tretow. Ich kann dich jederzeit begleiten. Was mache ich denn? Was erzähl ich denn? In einem Punkt hat der Herr Ederer recht. In welchem Punkt? Ja, in... Bullshit. Habe die Erika. In einem Punkt hat der... Was ist da gemacht? In einem Punkt... In einem Punkt hat der Herr Ederer ja... Nächste Vorstellung am Samstag um 15 Uhr. Oh, ich willкам... Was ist da? In einem Punkt hat der Herr Ederer. Im Moment hat der Herr Ederer... Und da Herr Ederer.